Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr euch da seid, zum neuen Video. Heute aus der Schweiz in Zürich. Heute ist ein epischer Tag. Wir werden heute, ich bin dankbar, dass ich hier sein darf, den als besten Döner der Schweiz gehandelten Döner, egal ob ihr es jetzt falsch gesagt habt, den wir heute testen. Nicht nur in Österreich fährt, nicht nur in Deutschland ein paar Kandidaten, gelten als beste Döner, auch in der Schweiz natürlich. Das checken wir heute ab. Wir treffen uns mit Maejo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Schweizer YouTuber. Der schwört darauf. Der legt seine Hand ins Feuer, dass das der beste Döner hier ist in der Schweiz. Ich habe ein Brot schon gesehen. Da kommt schon was an. Ich erwarte viel. Wir sehen uns gleich da. Ein paar Bilder noch vom Weg und dann viel Spaß beim Video. Schweizkrank schön. Oh, eine kleine Sightseeing-Tour gefällig, oder was? Paul der Große. Das Gebäude hat Paul der Große errichtet. So, auf Fake-Basis tue ich mal jetzt halt so, als wenn ich hier ankomme. Nein, Meister! Grüß dich, Brüdi, grüß dich. Grüß dich, grüß dich, hallo, hallo. Danke für die Einladung in die Schweiz. Ja, sehr, sehr gerne. Der Kollege hat einen Short damals gemacht, oder einen Reel oder so, hat mich verlinkt und hat den Döner gezeigt und gesagt, wo seid ihr Deutschen? Und ich finde, es ist wirklich einer der besten Döner. Ich habe auch schon ein paar in Deutschland getestet, aber der ist wirklich sehr, sehr nice. Ist krank, ne? Ist sehr, sehr nice. Aber natürlich, du bist ja G im Business. Danke, Brüdi, danke. Du kennst alle Döner, also ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir wenden da rein, ich habe eben schon unter vier Augen mit ihm geschnackt. Normalerweise würde ich jetzt noch einen anderen Move bringen, aber den lasse ich sein. Er wird gehandelt als der Beste in der Schweiz und das werden wir jetzt testen. Kranke Bilder auf jeden Fall schon und ja, dann lass uns doch direkt mal reinsteppen, ne? Let's go. Abfahrt. Was hättest du sonst noch gemacht? Ich teste immer noch mal Nacken, versuch mal deinen Nacken anzusteuern. Wie kann ich ansteuern? Ja, versuch dich nur auf den Nacken zu konzentrieren und zu schauen, dass du dich schaust. Ja, 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 ich will gar nicht wissen. Okay, aber nicht auf den Kopf konzentrieren jetzt. Du wolltest wissen, ich war höflich. Er war höflich und hat alles verspielt, ganz ehrlich. Mir ist scheißegal, was für ein Rating jetzt kommt. Was sagst du mal, Elu, hier ist die Sprachgrenze hier? Genau, ja, diese Stadt, die heißt Freiburg. Und jetzt fragt ihr euch, jo, in Deutschland gibt es auch einen Freiburg. Hier ist gerade die Sprachgrenze und nicht Freiburg, Freiburg. Ah, okay, okay. Und ich hab mich schon gewundert, warum die eben Französisch mit dir sprechen. Und die können ja dann teilweise auch nicht Englisch richtig, ne? Ja, ganz gut Französisch. Ne, und Englisch auch schlecht. Ja, und dann war Katastrophe eben. Aber egal. Ich hab trotzdem gewechselt. Ich hab einfach Ja gesagt. Zu allem, was er gesagt hat. Maelo hat mir eben noch mal bestätigt. Also es gibt ja kein richtiges Ranking jetzt. Kein YouTuber oder generell irgendwelche Zeitungen oder sonst was, die ein Ranking rausgeben in der Schweiz für Döner, ne? Finde ich schade. Ich glaub, das muss ich einführen. Also definitiv an alle Schweizer Zuschauer. Abo reinknallen und den Daumen oben knallen lassen. Mal gucken, ob ich dann öfter hier bin. Aber man könnte sagen, das hat der Maelo mir eben bestätigt, es wird schon gehandelt als der beste Döner der Schweiz. Und da gehen wir heute ran. Vielleicht Deutschlands schwerer Vergleich, aber zumindest der Schweiz. Und das werden wir jetzt gleich überprüfen. Ich bin mega gespannt, Vicky. Die sprechen aber Deutsch, schätzt du, oder ist die französische Seite? Er spricht so ein bisschen beides. Okay. Also er kann so ein bisschen beides, ja. Okay, geil. Hat er Angestellte da, oder was? Jaja. Zwei Angestellte, ja. Was für eine dumme Frage. Ich mein, Frauen. Er hat Frauen da auch, ne? Er hat Frauen da, ja. Ist das gut oder schlecht? Ist das gut? Gut, oder? Ja, Frauen sollen alles machen dürfen, finde ich. Ja, klar. Findest du auch? Tatsächlich, ja. Sie sind auch gute Döner-Macherinnen. Sind die gut machen mit Liebe, ne? Viel Liebe, ja. Würdest du die These aufstellen, dass eine Frau rein potenziell den Döner mit mehr Liebe machen kann als ein Mann? Hundertprozentig. Ja? Ich würd' sagen, ja. Mit den kleinen zarten Fingern. Ja, vielleicht nicht den Döner schneiden, aber dann zusammenstellen. Ich glaub' auch Teamwork. Teamwork. Und danach noch ne schöne Cock-Massage, ne schöne Thai-Massage. Ach ne, Thai-Food ist das. Massage, machen wir nachher. Massage. Boah, guckt euch den Dreh an hier. Da ist er. Erster Eindruck. Sieht geil aus. Man hat auch gesehen, grad frisches Brot. Ich weiß nicht, was wir da draufstehen, ob das Eier-Milch-Mix vielleicht, oder auf jeden Fall glasieren die. Wir nennen's mal glasieren das Brot. Boah, ich seh' das grad auch schon. Das kommt schön braun da raus. Siehst du das? Boah, geil. Bin gespannt. Stecken die auch hinten den Spieß selber, oder wie machen das? Soweit ich weiß, hat er den Spieß immer selber gesteckt. Jetzt lässt er ihn stecken, aber er hat eigene Gewürzmischung und isst Kalb und Hähnchen. Kalb und Hähnchen. Gemischt? Ja. Oha. Hi mein Lieber. Gut, danke. Dir auch? Das freut mich, dankeschön. Es ist Hähnchen und kalt, ne? Wie viel Prozent Hähnchen war drin? 50. 8,50. Macht ihr jetzt selber den Spieß, oder bestellt ihr den Spieß? Fleisch. Ja? Dieses Fleisch, ein Kollege Boucher. Boucher, Boucher, wie wie? Metzger. Ein Metzger, ein befreundeter Metzger. Ein Metzger, ein Befreundeter Metzger. Ich glaub, er lässt's eine Woche lang stehen, oder beziehungsweise so ziehen, und dann werden die Nerven abgeschnitten und 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 und. Ah, legt ihr ein? Einlegen, marinieren. Einlegen, ja. 20 Stunden Gemüse bleiben, nachher zu. Ja. Eine Woche lang lässt ihr marinieren? Ja. Insmen. Einen Tag. Einen Tag. Okay. Nach Familienrezept? Deine Mama. Deine Mama? Ja. Ah, hallo. Und Schwester? Nein. Nein? Ah. Schmeckt nach der Schweiz. Schmeckt aber gut. Spezialnote. Kein Scheiß. Du findest du geil? Ja, sie klappt ja auch. Geil. Was mich irritiert, sag ich auch, werde ich auch denen sagen, will ich frisches Fleisch haben, wir haben diesen Wärmebehälter. Den gibt's bei uns in Deutschland ja gar nicht. Gibt's gar nicht? Ne, gar nicht. Also, vielleicht einmal gesehen. Okay, krass. Weiß ich nicht mal. Nehmen wir frisch. Ich verstehe nicht, wie sich sowas durchsetzen kann. Aber egal, macht nichts. Was auch geil ist, wenn das Brot aus dem Ofen kommt, ihr habt gesehen, das ist so richtig schwarz, das Brot. Also so richtig, das kommt in die Luft, diese Röstl. Das ist so geil. Wie bei der Pizza aus, wenn man das kennt, Neapolitanen. Genau. Aber da sind ja auch diese Blasen, diese schwarzen Blasen. Das hast du ja auch ganz, ganz eigener Geruch, eigenes Feeling hier. Das ist hier so heiß, wie ich schwitze oder dieser... Es ist gottlos. Ja, das ist heftig. Aber darf greifen, vielleicht kannst du mir das sagen, ne? Ja. Wie kommt man auf die Idee, dass in diesen Wärmewäldern, es ist doch klar, dass das nicht mehr so geil ist. Dass das dann weniger nice ist. Ja klar, ich weiß es nicht, weil in der Schweiz, ich sehe das überall eigentlich. Überall, ne? Schmeckt schon sehr geil. Boah, geil. Sehr, sehr geil. Der wird auch, ich kenne diese Döner, mit gewissen Kräutern arbeiten. Ich weiß nicht, was die jetzt für welche sind. Also so in die Richtung Oregano, Thymian und so. Kenne ich die Döner von, gefällt mir sehr gut. Aber frisch wird trotzdem besser sein. Also wenn er nicht machen will, ich frage ihn nochmal. Okay. Mal schauen. Direkt die Mascher. Ja? Okay. Aperitif. Ich probiere, gerne. Er sagt kleine Aperitif. Sehr frisch. Sehr geil, Mann. Der kommt direkt aus dem Ofen. Und auch hauchdünn, so wie ein Flammkuchen. Habe ich doch auch noch nicht gegessen. Schmeckt heftig, ne? Delicious. Very delicious. Du kannst dir sagen, eine der besten, die ich je im Leben gegessen habe. Soßeneskalation, die. Wieder schön dunkel. Leider das hier nicht ganz so dunkel wie ein, zwei andere. Aber das merkt man direkt rein hier. Also auch eben das Fleisch. Ich weiß nicht, ob das nochmal nachgewürzt hat. Mit dem Pulp Biber oder wie das heißt. Der Biss eben hat mich komplett abgeholt vom Fleisch. Diese Art von Brot hau ich gerne in die Kategorie, das sage ich immer. Ist so ein bisschen wie Baguette. Passt jetzt hier aus dem französischen Bereich, ne? Baguette von außen richtig hart wie der Boden beim Baguette, wisst ihr? Ja, auch oben die Kruste. Und innen trotzdem so einen leicht zählen Biss, aber geil zählen. Also im positiven Sinne. Brot ist Welt. Soßenwelt, Fleisch, sehr, sehr lecker. Wirklich? Ja, ist lecker. Boah, Digger. Sehr, sehr geil. Der hat schon echt was Besonderes, der Döner. Viele Produkte ähneln sich einfach zu sehr. Da ist nicht so die eigene Handschrift zu erkennen. Bei dem Döner komplett eigene Handschrift. Wirklich ultra stark. Ich habe ohne Soße keine Chance, weil dafür wäre dann das Brot, da passt das nicht zu. Das wäre dann einfach zu hart. Ja, vielleicht, ja. Der snackt mich gerade zum Königsbiss vor. Das muss natürlich auch noch geprüft werden. Der letzte Biss oder der unterste Biss ist dort. Manchmal noch fällt die Entscheidung. Irgendwer kann sich einen Döner nochmal richtig raushauen. Oder halt richtig nicht scheiß hauen. Aber wirklich? Der Königsbiss. Der sollte krass sein. Und wenn er nicht krass ist, bleibt der Döner sowieso vorher. Aber er kann halt auch einfach enttäuschend Christ sein, sag ich mal. Kann es auch mal einen Punkt abzugeben natürlich. Ein Döner ist eine Etappe. Ist eine Reise. Nein, aber eine Reise. Ich sage das schon zu Maedo. Ich werde jetzt zwei Minuten machen. Da darfst du mich auch wirklich nicht ansprechen. Okay, mach ich ja. Ich muss auch wissen, du wirst mich nicht ansprechen. Weil wenn ich schon denke, du sprichst mich an, kann ich nicht mehr denken. Ich spreche dich nicht an. Oder kannst du dich in die Richtung drehen, solange einfach? In die Richtung? Soll ich noch die Hose ausziehen? Nein, das ist gut. So. Ich denk kurz. Scheiße, lass kurz an. Also erstmal vielen Dank fürs Vorstellen des Döners. Warte, warte. Ich muss dich hängen lassen. Kein Problem. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch schon mal bevor ich es vergesse, gern beim Maedo in der Beschreibung werde ich dich verlinken. Dann gerne reingucken. Mal schauen, was der Brie für Content bringt. Ja, ja. Okay. Also zur Bewertung gehen. Erstmal an alle Schweizer. Stabiles Produkt. Ich muss gerade furzen, deshalb. Furzen jetzt? Ist gottlos. Kann ich nicht machen, ne? Doch. Hören wir nicht. Also nochmal jetzt Konzentration. Für die, die meine Videos vielleicht auch jetzt erst entdecken, weil ich mal in der Schweiz ein Video mache, so ein Selfmade-Ranking und ein, sag ich mal, nicht Selfmade-Ranking. Selfmade ist für mich, wenn ich sehe, hinten in der Küche, die stecken den Fleischspieß selber. Und dann ist das für mich im Laden alles selbst gemacht. Ja. Und sonst nicht, weil mir haben schon viele Leute irgendwas erzählt. Das kann ich in erster Linie nicht glauben. Wurde in der Hinsicht Fleisch auch irgendwo bestätigt. Trick von mir. Uh, ich sag jetzt mal so. Uh, uh, uh. Ja, okay, ey. Du machst es spannend, Digga. Der Döner hat heftige Impulse gehabt. Dieses Brot noch nie so gehabt im Döner. Geiler erste Eindruck vom Fleisch. Geile Soßen. Wirklich ganz, ganz stark. Das einzige, wenn man sich verliert in dem Fleisch irgendwann, da erwischt man sich so ein bisschen in dem Standardgeschmack. Wenn man immer mehr isst, ne? Am Anfang ist der Geschmack so und dann wird es ein bisschen standardmäßiger. Macht aber nichts. Dafür haben wir das nicht Selfmade-Ranking. Neun von zehn Punkten von mir, weil das Gesamtergebnis ganz rund, ganz stark, ganz lecker ist. Neun von zehn Punkten? Neun von zehn, ja. Ey. Was soll ich sagen? Gut, ne? Das ist einfach geil, ja? Ja, stark, Mann. Also freut mich wirklich mega. Null damit gerechnet, Digga. Freut mich, dass du dich freust. Und wir machen auch noch ein zweites Video. Wenn das schon da ist, dann werde ich es einblenden. Wir testen nochmal den teuersten Döner der Welt. Let's go, Digga. Ja, Mann. Du isst den. Ich nicht. Du isst auch. Also ich hole nicht zwei, das ist zu teuer. Wir teilen. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen oben knallen und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf jeden Fall. Kannst du die Pistole machen? Ne, das mache ich nicht. Das mache ich eine Scheiße. Dann blendest du wieder irgendeine Scheiße ein. Wie du einen *** genannt hast. Dann bis zum nächsten Mal.